Hallo zusammen, heute machen wir einen Ausflug zu einer kleinen, wunderschönen Stadt Altena. Als erstes besichtigen wir die Burg Altena. Das ist das wichtigste Denkmal der Stadt. Sie wurde bereits im 12 Jahrhundert auf einem Hügel über die Lehne erbaut. Seit dem 14 Jahrhundert hat hier niemand dauerhaft gelebt und die Burg beherbergte mal ein Arbeiterheim, mal ein Krankenhaus. Zu Beginn des 20 Jahrhunderts wurde die Burg restauriert und seitdem ist sie für alle als Museum geöffnet. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Region und Artefakte aus verschiedenen Epochen. Was ich persönlich an solchen Burgen mag, das ist die atemberaubende Aussicht. Außer Museum ist in der Burg auch noch eine Jugendherberge geöffnet, die erste Herberge der Welt. Wir machen eine kurze Pause im Café an der Lehne und beginnen mit einer Rundwanderung. Heute machen wir das, was wir schon lange nicht gemacht haben. Wir gehen wieder wandern. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es ist sehr schön hier, sehr viele schöne Aussichten. Wieso haben wir das eigentlich nicht früher gemacht? Untertitelung. BR 2018 Und hiermit kommt mein Video zum Ende. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018